gegen den geist spielen ist ja klar jetzt der geist wenn wir so kriegen das habt ihr so die ersten male wenn ihr gegen die killer spielt steht das bei euch immer noch da bei dir nicht mehr oder was denn lassen wir mal die nicht sagen gegen wen was spielen jetzt der wird jetzt überhaupt nicht wissen was auf ihn zukommt wir sagen ihm das nicht wollen leute und herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge dead by daylight wir sind heute mit jatze und martin unterwegs und ich werde die beiden erst mal ein bisschen carrying damit wir mal eine runde holen hier ich gehe gar nicht drauf er wollte mir wehtun übrigens der geist unsichtbar er war so ganz unsichtbar und nur eine silhouette bin jetzt an anderen gen was gar nicht ob der mich überhaupt gesehen hätte wenn ich jetzt aber doch den habe ich noch gar nicht gesehen alexandro ich habe das glockenspiel gehört aber hat er sich wieder unsichtbar gemacht ja ich glaube ich habe zweimal die glocken gehört einmal hat er sich erscheinen lassen und dann wieder ja beim geist klingeln die glocken sagen wir martin seit wann hängen die beiden eigentlich so rum meine eier ich weiß nicht vielleicht ist martin ja aufgefallen als es bergab ging hast du urlaub schnauze schnauze ich habe die glocken gehört ich verstecke mich im keller da kommt er nie drauf hier unten ist kein gen ja ich bin auch ich bin im holzhaus ja ich fasse martin jetzt an du machst das schon alter er will dich nicht wo ist denn da hinten okay ich glaube der ist nach rechts ist er er kommt ja er kommt während ihr da am spielen seit mache ich mal die tür auch weil ich den letzten gen fertig habe siehst du gleich ich hätte auch noch sein totem kaputt machen können aber wollen wir den retten jane was ist nöt toll ich wusste vorhin noch wo es war gar nichts wo habe ich denn das totem gesehen gehabt ja er ist die ganze zeit bei ihm bei dem runde okay dann komme ich mit euch jetzt mit wir können ihn nicht retten ja ja wir können ihn nicht retten weil der killer die ganze zeit bei ihm steht wie kann ich winken du komm her er ist tot ja wir konnten ihn nicht mehr wir mussten ihn leider opfern aber dafür konnten wir den geist besänftigen das war eine sehr erfolgreiche runde dead by daylight wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like da ich hoffe wir sehen uns das nächste mal wieder ist allen wieder und dann Vielen Dank.